Schauen wir uns auch noch ein paar andere Situationen an, in denen uns der Impulserhaltungssatz hilft, ein Problem zu lösen. Wir haben hier eine Schlittschuhfahrerin, die sich auf Eis befindet, deswegen hat sie ja auch Schlittschuhe an, und wir gehen davon aus, dass hier unten keine Reibung besteht, deswegen haben wir ja hier Eis hier unten. Und wir wollen uns mal angucken, was passiert, wenn sie jetzt diesen Ball hier in der Hand hat, das ist ein Ball, so, und sie den mit Schnurgerade einfach geradeaus wirft, mit einer Geschwindigkeit von 35 Metern pro Sekunde. Was wird dann mit ihr passieren? Ich denke, du kannst dir schon vorstellen, dass es einen Rückstoß geben wird, der sie ein bisschen nach hinten drückt. Das heißt, den Ball wirft sie mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit übrigens nach vorne, und selber wird sie sich ein bisschen zurückstoßen, dadurch, dass sie den Ball von sich weggeworfen hat. Also, gucken wir uns nochmal an, wie groß denn dieser Rückstoß wirklich sein wird. Wir wissen, oder das wissen wir noch nicht, aber das sage ich dir jetzt noch, wir gehen mal davon aus, dass der Ball 150 Gramm wiegt. Also, der Ball wiegt 150 Gramm, also 0,15 Kilogramm. Und die beiden zusammen, also der Ball und die Schlittschuhfahrerin, wiegen beide 50 Kilogramm. 50 Kilogramm. So, wo hilft uns jetzt hier der Impulserhaltungssatz? Wir haben ja jetzt hier einmal am Anfang, es gibt zwei Situationen, die Anfangssituation und die Endsituation. Und am Anfang hat unser System, das wir uns hier angucken, genau zwei Objekte, und zwar einmal die Schlittschuhfahrerin und den Ball. Also, muss der Impuls, den dieses System jetzt hat, genauso groß sein, wie der Impuls in der zweiten Situation, die wir uns danach angucken, wenn sie den Ball weggeworfen hat. Dann hat ja der Ball an sich einen Impuls und die Schlittschuhfahrerin hat auch einen Impuls. Und die beiden Impulse zusammen müssen auch wieder genauso groß sein, wie der Anfangsimpuls. Also, gucken wir doch mal, wie groß der Anfangsimpuls ist. Der Impuls berechnet sich ja, haben wir gesagt, aus Masse der Anfangsimpuls. Nehmen wir es mal PA. Der Impuls, haben wir gesagt, berechnet sich aus Masse mal Geschwindigkeit. Unser System hat hier eine Masse von 50 kg, ich schreibe es mal in rot, damit man sieht, wo es herkommt, von 50 kg und eine Geschwindigkeit von 0. Die beiden bewegen sich ja am Anfang noch nicht, also 0 m pro Sekunde. Das heißt, unser Anfangsimpuls, 50 mal 0 ist natürlich 0, ist 0 kg m pro Sekunde. Jetzt wissen wir also, dass der Impuls danach, wenn wir uns die beiden Objekte einzeln angucken, genauso groß sein muss, wie der Anfangsimpuls und der ist 0. Das heißt, die beiden müssen sich wieder ausgleichen. Also gucken wir uns jetzt beide nochmal einzeln an. Wenn wir den Ball weggeworfen haben, dann ist er ja zum Beispiel ungefähr hier. Also wenn er da hinten dann ist, wenn wir ihn weggeworfen haben, dann hat der Ball ja einen eigenen Impuls. Der sich ja errechnet aus seiner Geschwindigkeit, oder fangen wir wieder von vorne an, einmal aus seiner Masse. Also 0,15 kg mal seiner Geschwindigkeit, 35 m pro Sekunde. Und das macht summa summarum, wir fragen den Taschengrechner. Wir fragen den Taschengrechner, 0,15, also 1,5 mal 35 sind 5,25. Der Anfangsimpuls von unserem Ball ist also 5,25 kg m pro Sekunde. Habe ich das richtig gemacht? Ich gucke nochmal. 5,25. Okay. Gucken wir uns doch an, wie groß ist denn der Impuls von unserer Skaterin, von unserer Eisskaterin. Ihr Impuls ist ihre Masse. Also ihre Masse muss ja so groß sein wie 50 kg, das sind ja beide zusammen, minus der Masse von dem Ball. Also 50 minus 0,15 sind 49,85 kg. Mal ihre Geschwindigkeit. Und die wissen wir ja nicht, die wollen wir ja noch rauskriegen. Die wollen wir noch rauskriegen. So, dann gucken wir nochmal, wozu uns der Impulserhaltungssatz jetzt hier führt. Wir wissen also, dass der Impuls neu, nenne ich ihn jetzt mal, Impuls neu, ist genauso groß wie der Impuls am Anfang. Ich versuche mal die Farben, die Farben wieder beizubehalten, ist genauso groß wie der Impuls am Anfang. Und der ist ja 0 kg mal Meter pro Sekunde. Und wir wissen auch, das haben wir gerade gesagt, dass sich der neue Impuls, der zusammensetzen muss aus den beiden Impulsen, die wir danach haben. Also ist 0 genauso groß wie der Impuls von dem Ball, nachdem wir geworfen haben, plus dem Impuls, plus dem, ups, kein S, sondern diesmal natürlich ein S, und zwar der Impuls von unserer Schlüsselfahrerin. Und die beiden kennen wir ja jetzt. Also, oder wir können ja auch erstmal so umstellen, wir können ja erstmal noch minus pb rechnen, weil wir wissen ja, dass auf der rechten Seite unsere Variable ist. Das heißt, wir haben dann 0 minus pb, also haben wir hier noch den minus pb. Muss genauso groß sein wie der Impuls von unserer Schlüsselfahrerin. Und das bedeutet ja, minus pb ist ja einfach nur minus 5,25 kg m pro Sekunde. Und ps ist 49,85 kg mal ihre Geschwindigkeit. Die kennen wir noch nicht. Aber wenn wir jetzt durch 49,85 kg teilen, dann kennen wir sie. Also, vs ist wie groß. vs ist wie groß. Hier ist der Taschenrechner. Wir haben 5,25. Dann machen wir jetzt noch ein Minus davor. Und teilen das Ganze durch 49,85. Und wir kriegen minus 0,11, minus 0,11 m pro Sekunde. Das heißt, der Rückstoß, den sie erfährt, obwohl sie den Ball hier so enorm schnell weggeworfen hat, 35 m pro Sekunde ist wirklich schon recht fix, wird sie nur ziemlich langsam, oder wird sie danach nur ziemlich langsam sein. Also, das sind ja ungefähr, das müssten 10 cm pro Sekunde sein. Also, nicht wirklich viel. Was natürlich daran liegt, dass ihre Masse im Vergleich zu der Masse des Balls relativ groß ist. Aber Rückstoß ist wirklich an sich auch ein ziemlich interessantes Problem. Also, der Grund, warum sie zurückgestoßen wurde, ist im Endeffekt der gleiche, warum zum Beispiel auch Raketen funktionieren. Also, ich kann ja nochmal versuchen, hier so eine kleine Skizze zu machen. Also, wenn wir hier eine Rakete haben, dann hat die ja irgendeine Düse. Die Düse hängt jetzt nochmal hier dran. Hier ist die Düse. Und aus dieser Düse werden ja einfach nur Gase rausgestoßen. Das heißt, hier kommt dann irgendwie so ein Schwall an Gasen raus. Und die Gase hier haben zwar eine ziemlich kleine Masse, aber dafür eine ziemlich hohe Geschwindigkeit. Das heißt, der Impuls von denen wird ziemlich groß sein. Und dieser Impuls muss auch ziemlich groß sein, weil dafür die Masse hier ja ziemlich groß ist. Und der Impuls von diesem System hier, also, oder andersrum, der Impuls, wenn die hier rausgeschossen werden, muss er genauso groß sein, wie der Impuls von der Rakete danach. Das heißt, umso stärker die hier rausgeschossen werden, umso schneller wird dann natürlich danach auch die Rakete sein. Wegen eben diesem Rückstoß. Naja, wollen wir uns jetzt mal dabei belassen. So viel also zu dem, wie hilfreich der Impulserhaltungssatz ist. Und mal schauen, wofür wir das nicht noch alles so benutzen können. Wir haben uns hier nicht mehr. Jetzt kommen wir aus 안�emoh become. Vielen Dank.